Viele Marktteilnehmer stellen sich die Frage, wie viel man wirklich von dem Bullenmarkt in dem Kryptozyklus erwarten kann, was der Bullrun für Auswirkungen haben könnte und welche Prognosen und Analysen nicht an den Haaren herbeigezogen sind, das heißt im Rahmen des Möglichen sind. Das bedeutet, wie viel Potenzial steckt in dem Kryptomarkt? Und genau der Frage möchte ich heute auf den Grund gehen. Ich habe einiges an Recherchen angestellt und da gibt es ja eine Vielzahl an Möglichkeiten, seine Prognose zu erstellen. Worauf basiert sie? Da gibt es ja einige, die sagen, hey, wir stellen die Kryptoadaption direkt dem Internet gegenüber und machen das dann anhand der Nutzerzahlen fest. Dann gibt es viele Analysten, die sagen, Bitcoin ist digitales Gold und stellen diese Kryptowährung dementsprechend auch Gold gegenüber. Da gibt es dann auch Maßstäbe, wie der Bitcoin sollte die Hälfte der Market Cap des Goldes erlangen und das wären dann 7 Billionen US-Dollar. Das ist aber auch meiner Meinung nach etwas aus der Luft gegriffen. Und generell, wenn man mal eine Prognose eingibt, dann findet man fast nur Bitcoin-Prognosen. Da ich aber weiß, dass wir keine Bitcoin-Maxis sind und nicht nur in den Bitcoin investieren und uns ebenfalls interessiert, wie viel Potenzial dein Ethereum hätte, wie viel Potenzial die Altcoins haben, aber dann müssen wir auch noch die Stablecoins exkludieren und dann wird das Ganze schon etwas komplizierter. Aber mach dir keine Sorgen, heute bekommst du die komplette Aufschlüsselung und meine Prognose, was ich denke, was im Rahmen des Möglichen liegt. Und die Logik werden wir am Ende des Videos auch nochmal genauer thematisieren. Das heißt, es ist, wie gesagt, nicht an den Haaren herbeigezogen. Aber somit auch erstmal ein recht herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass auch du heute wieder mit dabei bist. Und natürlich werden wir insbesondere auf die Altcoins drauf eingehen, wie viel Potenzial wir zum aktuellen Zeitpunkt noch haben, wie viele X wir wirklich erwarten können. Aber auch für den Bitcoin, auch für Ethereum. Das heißt, das Video wird extrem spannend und ich freue mich wirklich drauf, euch diese Daten und Zahlen zu präsentieren. Somit sollte der Fahrplan klar sein. Mein Ziel ist es, dir einen guten Teil des täglichen Researches und der täglichen Analyse abzunehmen. Und wenn du mich auf diesem Weg unterstützen möchtest, dann lass mir sehr gerne den täglichen Like da und auch gerne etwas Nettes in die Kommentare schreiben. Denn die wirken wirklich Wunder und ich habe mir jedes Kommentar vom gestrigen Video angeschaut. Und da muss ich auch nochmal meinen Dank aussprechen an die Vielzahl an Kommentare, die wir hier erhalten haben. Es freut mich, dass euch der Content so zusagt. Und dann würde ich auch schon sagen, wir starten direkt rein nach dem Disclaimer. Okay, an welchem Maßstab möchten wir uns jetzt langhangeln? Wie gesagt, wir hätten sehr, sehr viele verschiedene Punkte, die wir analysieren könnten und daraus Rückschlüsse ziehen. Meiner Meinung nach ist das etwas zu theoretisch mit dem Internet und der Kryptoadaption. Ich finde es auch etwas plump dahergesagt, wenn wir einfach sagen, gut, also Bitcoin ist wie Gold und deswegen sollte es die Hälfte der Market Cap mindestens haben. Finde ich ein bisschen schwierig. Außerdem wären wir dann, wie gesagt, bei 7 Billionen US-Dollar. Wenn wir es ein bisschen reduzieren würden, finde ich es persönlich auch schwierig. Weil warum würden wir es dann reduzieren? Das heißt, das wäre mir alles etwas zu sehr aus der Luft gegriffen. Und dann stellt sich halt immer noch die Frage, okay, selbst wenn Bitcoin 7 Billionen US-Dollar an Market Cap hat, wann ist das der Fall? Und wie entwickelt sich dann der andere Kryptomarkt? Also Ethereum, die Altcoins, die Stablecoins. Das hat mir einfach nicht genügend Aufschluss gegeben. Was ich wissen wollte und was meine Basis ist, ist die Analyse des gesamten Kryptomarktes. Und da muss man auch rational schauen, ergibt das Sinn, passt das alles? Das Zeitfenster sollte klar sein, wir analysieren bis zum Jahre 2025, weil wir davon ausgehen können, dass der Bullenmarkt und dass der Bullrun auch genügend Zeit hatte, sich zu extendieren. Denn beispielsweise, es ist nicht zu kurz gefasst, aber eben auch nicht zu lang gefasst. Ich finde es persönlich eine sehr gute Zahl, würde auch in diesem 4-Jahres-Zyklus fallen. Das heißt, wir terminieren die 2025 und vereinfachen uns somit das Modell. Und dann habe ich viele Analysen gesehen, die auf die Zahl 8 Billionen US-Dollar drauf eingehen. Da haben wir beispielsweise aber auch Bernstein, der ebenfalls 7,5 Billionen US-Dollar analysieren und antizipiert hat auf 2025. Und da sind wir auch in den vergangenen Videos drauf eingegangen. Das heißt, ich würde persönlich sagen, wir richten uns an genau dieses Ziel. Vergleichen wir das mit dem Kryptomarkt, da haben wir eine 2,2 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung. Von der Warte hier hätten wir nicht mal mehr ein 4x. Okay, aber warum sollte dann der Bullrun so riesig ausfallen? Ich meine, 4x im Durchschnitt, das ist doch nichts. Zumindest diejenigen, die sich ein 10x, 20x oder 50x erhoffen. Aber genau deswegen ist es ganz, ganz wichtig, diese Zahl hier aufzuschlüsseln. Bernstein ist hierbei eine renommierte Investment-Management-Firma mit einer jahrzehntelangen Expertise, weshalb sie auch von anderen Finanzinstituten zitiert werden. Dementsprechend können wir schon mal ein wenig Meinung auf die Aussagen legen, aber wie gesagt, das prüfen wir alles nochmal am Ende, ob es denn im Rahmen des Möglichen ist. Und das würde uns die Möglichkeit und den Raum verschaffen, dass Bitcoin 3 Billionen US-Dollar erreicht, an Marktcap das Ethereum-Ökosystem 1,8 Billionen US-Dollar erreicht und führende Blockchains wie Solana, Apex und so weiter 1,4 Billionen US-Dollar. Aber das habe ich selber nochmal nachgeprüft, ob wir auch wirklich auf dieselben Ergebnisse kommen. Dann werden auch noch weitere Prognosen gegeben in Bezug auf die US-Spot-Bitcoin-Börsenfonds. Und in der anderen Analyse ist man speziell auf die Kryptozyklen drauf eingegangen, hat das mit den vorherigen verglichen und geschaut, was im Rahmen des Möglichen ist. Und auch hier kommen wir auf eine sehr ähnliche Anzahl und zwar 8 Billionen US-Dollar. Deswegen würde ich mal sagen, wir einigen uns auf genau diese Zahl, 8 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung. Und jetzt ist aber die Frage, wie ist die Aufschlüsselung? Wie ist Bitcoin, Ethereum? Wie ist es mit den Stablecoins? Und wie ist es mit den Altcoins? Und das dürfen wir auf gar keinen Fall vernachlässigen. Denn somit könnten wir auch etwas antizipieren, welche Assets wie gut performen und was wir erwarten können, damit wir auch wirklich die Gewinne im Bullrun nehmen und nicht irgendwelche unvorstellbaren Preisvorstellungen haben, auf guten Gewinn sitzen, diese nicht realisieren und dann komplett eincraschen. Genau das wollen wir verhindern. Und ich kann euch eins sagen, die Altcoins, die haben noch einen ordentlichen Weg zu gehen. Aber okay, schauen wir uns das mal detailliert an. Ein riesen Vorteil, den wir haben. Wir sehen die Marktkap, wie stark die eingebrochen ist. Wir waren kurzzeitig auf den 2,7 Billionen US-Dollar. Von der Warte her hätten wir tatsächlich auch nur noch ein 3X. Da wir aber wieder stärker korrigiert sind, ordentlich gefallen sind, bietet uns das Möglichkeiten, mehr X rauszuholen. Was unglaublich positiv ist. Und wenn wir hier etwas weiter runter scrollen, dann haben wir auch die Möglichkeit, uns die Bitcoin-Dominanz anzuschauen. So ist es, denke ich, mal am besten. Und da müssen wir erstmal analysieren, okay, wie war es denn mit den Marktzyklen? Wenn wir uns das mal anschauen, zum Jahre 2021, da war die Bitcoin-Dominanz beispielsweise bei fast 70%. Dies war zum Januar und die Marktcap betrug da 1 Billion US-Dollar glatt. Im Laufe des Bullen-Marktes und des Bullruns hat sich die Bitcoin-Dominanz aber deutlich verkleinert. Wir waren dann auf einer Marktdominanz von 41% und ich denke mal, das gibt uns schon mal ganz guten Aufschluss. Bitcoin bei den 41% in Prozent, bei der Marketcap Ethereum bei ca. 19%, USDT bei fast 4% und die anderen, der Rest hat sozusagen 31% ausgemacht. Ich muss sagen, das reicht mir noch nicht ganz aus, denn wir haben auch weiterhin Stablecoins wie USDC und andere regulierte Stablecoins, die weiter und weiter einen Marktkapitalisierung gewinnen. Das heißt, das werden wir auch nochmal etwas mehr aufschlüsseln. Dann hatte sich die Bitcoin-Dominanz recht lange gehalten, bis wir dann zum Dezember 2022 nochmal weiter abgefallen sind und dann ist die Bitcoin-Dominanz wieder angestiegen. Zum aktuellen Zeitpunkt, auch durch die ETFs, haben wir eine Bitcoin-Dominanz von 54%, eine Ethereum-Dominanz von 18%, USDT von 4,8% und die anderen, die Altcoins und weitere Stablecoins nur noch bei 16%, das ist immens wenig. Und genau hier wird es so spannend, denn wir sehen, der Altcoin-Chart, die Total 3 ohne Bitcoin, ohne Ethereum, die ist sehr stark eingebrochen und wir sind zwar nicht mehr auf den alten Niveaus, aber auch noch nicht mal auf den Niveaus des letzten Bull-Marktes und des letzten Bull-Runs. Und das könnte doch eine super Chance ergeben, oder nicht? Aber weiter mit der Analyse. Meine Prognose und hier müssen wir etwas spekulieren und ihr könnt am Ende gerne eure Meinung reinschreiben, Kritik, Anregungen oder eure Analyse gerne unten in die Kommentare am Ende des Videos. Wir sehen aber, dass es in der Theorie normal war, dass die Bitcoin-Dominanz dann mit der Zeit abgeflacht ist. Denn das Blaue ist die komplette Bitcoin-Dominanz und wir sehen es, zum Jahre 2021 direkt sind wir unfassbar stark angestiegen bei den Altcoins, bei Ethereum beispielsweise ebenfalls, auf Kosten der Bitcoin-Dominanz. Ab dem Zeitpunkt wurden Bitcoin in Massen abverkauft, kann man fast schon sagen, um es in die Altcoins zu rotieren. Das ist immens wichtig und davon gehen wir ebenfalls aus. Die Altcoins werden auch noch performen. Wir brauchen dazu eine Altcoin-Saison, wir brauchen dazu neue Bitcoin-Höchststände, dass das Geld dann so Stück für Stück in die Altcoins fließen kann. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass die Bitcoin-Dominanz nicht weiterhin so unfassbar hoch ist, wie sie zum aktuellen Zeitpunkt ist. Und sobald neue Liquidität dem Markt hinzukommt, klar, das kann in den Bitcoin fließen, das müssen wir auf jeden Fall berücksichtigen. Aber ich denke schon, dass sich die Bitcoin-Dominanz reduzieren wird. Insbesondere, da wir einen Ethereum-ETF gelauncht haben fast schon. Der könnte gefühlt jede Sekunde kommen und dann stehen tatsächlich auch noch weitere Altcoin-ETFs in den Startlöchern. Solana und wenn das bestätigt wurde, wäre es natürlich unfassbar stark. Und dann kommen noch weitere Altcoins. Dementsprechend können wir es uns nicht einfach versteift. Darauf beruhen, ja, die Bitcoin-ETFs, da wird keine Rotation folgen oder sonst was. Ich berücksichtige sie, aber wir müssen auch verstehen, das Geld wird auch in Ethereum fließen und dann auch irgendwann in die Altcoins. Dementsprechend, was ist meine Prognose und meine Aufschlüsselung? Ich persönlich würde sagen, dass wir bei der Bitcoin-Dominanz, wir schauen uns das mal hier an, wir waren bei 71% und sind dann zu 44% hochgekommen und dann wieder auf die 46% beispielsweise, bis wir dann im April im Jahre 2022 auf 38% gekommen sind. Und ich persönlich würde die Bitcoin-Dominanz irgendwo im Rahmen der 40% ansiedeln. Klar, da wären wir gerade erst mal auf den alten Niveaus. Normalerweise ist es aber so, dass die Bitcoin-Dominanz Stück für Stück immer abgenommen hat, je länger wir uns in dieser Zeitperiode befunden haben. Schauen wir einfach mal drauf. Damals gab es ja so gut wie gar keine Altcoins, ja. Im Jahre 2014 bestand die Kryptomarket-Cap nur aus Bitcoin gefühlt, zu 93%. Und wenn wir uns das mal anschauen, wie gesagt, das Jahr 2021 hatte begonnen mit fast 70% Bitcoin-Dominanz und ist dann auf 40% runtergegangen. Ich würde persönlich sagen, die 40% sind valide. Okay, wie sieht es mit Ethereum aus? Hier waren wir lange Zeit im Zeitraum von 11%, wo wir dann angestiegen sind. Im letzten Bullenmarkt und letzten Bullrun, da waren wir bei ca. 20% und wenn wir hier mal so durchgehen, dann sehen wir, wir fluktuieren zwischen so 15%, 17% und 21%. Dementsprechend mit einem kommenden Ethereum-ETF, wenn wir davon ausgehen, dass Ethereum auch noch besser performen wird als der Bitcoin, würde ich die Zahl 20% nehmen. Okay, das bedeutet, wir haben noch 40%, die in Stablecoins und in Altcoins unterteilt wird und die sich ein Teil dieser 8 Billionen US-Dollar dann rausnimmt. Jetzt müssen wir aber auch mal auf Folgendes schauen. Die Stablecoins, die sind sehr, sehr stark gewachsen. Die Market Cap zum aktuellen Zeitpunkt liegt hier bei 163 Milliarden US-Dollar. Und ich habe euch mal den Snapshot vom Mai 2021 rausgesucht. Wenn wir hier mal runterscrollen, dann sehen wir, Tether war damals auf Platz 6 mit einer Market Cap von 55 Milliarden. Und wie gesagt, das zu Hochzeiten des letzten Bullenmarktes. Und jetzt sind wir bei einer Market Cap von 112 Milliarden. Und wenn wir uns das mal anschauen, auf die Market Cap, die Kryptowährung ist schnurstracks nach oben gepumpt. Also die Market Cap ist ohne wirkliche Rücksetzer immer und immer weiter angestiegen. Dementsprechend müssen wir das auf jeden Fall berücksichtigen. Die Stablecoins, die werden wachsen, auch USDC genau dasselbe. Und auch mit diesen Mika und EU-Regulierungen, das wird denke ich mal schon einen kleinen Einfluss an dem Stablecoin-Markt haben. Das haben wir beispielsweise auch jetzt gesehen. Und dementsprechend werden auch weitere Stablecoins sich einen Kuchen von dieser Market Cap nehmen wollen. Beispielsweise auch Paypal, Athena und so weiter. Aber das haben wir leider in dieser Grafik hier nicht. Wir haben nur USDT. Dementsprechend habe ich meine eigene Recherche angestellt und habe die aktuelle prozentuale Gewichtung mir selber ausgerechnet. Dazu müssen wir einfach nur diese Market Cap nehmen und durch die aktuelle Market Cap teilen von 2,1 Billionen US-Dollar. Da kommen wir roundabout auf 8% Marktanteil. Und da Stablecoins immer und immer beliebter zu werden scheinen, würde ich sagen, wir nehmen die 10% an Stablecoins und packen sie sozusagen in den Kryptomarkt mit rein. Weil wir eben auch gesehen haben, USDT in Orange, die sind immer und immer weiter angestiegen im Laufe der Zeit. Wenn wir uns das hier mal anschauen, wir waren bei 1,5%, 2%, dann ging es weiter nach oben auf 3%, dann ging es aber weiter auf 6 und 7%. Und durch andere Stablecoins ist die Dominanz etwas zurückgegangen, aber ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Und dementsprechend bekommen unsere Altcoins 30% von dem Kuchen ab, von den 8 Billionen US-Dollar. Und jetzt schauen wir uns das mal genauer an. Mit einer Bitcoin-Dominanz von 40% haben wir 3,2 Billionen US-Dollar nur in dem Bitcoin drin. Der Bitcoin hat zum aktuellen Zeitpunkt eine Marktkapitalisierung von 1,1 Billionen US-Dollar. Dementsprechend können wir hier noch ca. 1,3x erwarten und da würden wir ungefähr auf 170, 180.000 US-Dollar pro Bitcoin kommen, was absolut im Rahmen des Möglichen liegt. Und wenn wir das mal mit der Analyse von Bernstein vergleichen, die meinten 3 Billionen US-Dollar beim Bitcoin, da sind wir doch recht gleich auf. Wobei wir auch hier sagen müssen, sie haben die 7,5 Billionen US-Dollar als Maßstab genommen. Bei Ethereum würden wir mit einer 20%igen Marktkapitalisierung bei 1,6 Billionen US-Dollar stehen. Wenn wir uns hier die Markup anschauen, da sind wir bei 370 Milliarden. Das tippen wir mal fix in den Taschenrechner ein, kommen wir auf einen Multiplikator von 4,32. Was wir mal ganz easy mit den 3.000 US-Dollar multiplizieren können. Wo wir dann auf 13.000 US-Dollar pro Ethereum kommen könnten. Klar, man kann die Prognosen natürlich immer und immer und immer weiter überbieten. Ich würde persönlich sagen, wir halten uns hier rational an diese Rechnung. Da sehen wir das Ethereum-Ökosystem, die haben es sogar auf 1,8 Billionen US-Dollar geschätzt. Und wir auf 1,6. Ein 10%-Anteil der Stablecoins würde uns zu 800 Milliarden Market Cap führen. Das wäre auf jeden Fall noch einiges. Ob das Geld kurzfristig mal schneller investiert wird und sich die Zahl mal drastisch reduziert, das möchte ich jetzt einfach nicht analysieren. Das ist noch ein bisschen zu weit in der Zukunft, aber wir haben einen Orientierungswert. Aber wie gesagt, sobald frische, neue Liquidität dem Markt hinzukommt, dann wird sich das auch insbesondere bei den Stablecoins bemerkbar machen. Und somit würden sich unsere Altcoins tatsächlich 2,3 Billionen US-Dollar sichern, die 30% sozusagen. Und das wäre die Market Cap des gesamten Kryptomarktes zum aktuellen Zeitpunkt. Also stellt euch einfach mal vor, das gesamte Geld des Bitcoins und von Ethereum würde in die Altcoins fließen. Und das ist der unglaubliche Vorteil, denn wenn wir mal auf die Altcoins Performance schauen, da sehen wir tatsächlich, dass wir hier um 35% gefallen sind. Wir schauen uns hier die Total 3 an, dementsprechend müssten wir uns auch noch die Stablecoins mal mit verwirklichen. Dementsprechend zoomen wir hier mal etwas weiter raus und ich habe euch die Marke mal hier eingezeichnet von 2,351 Billionen US-Dollar. Das wäre ein Anstieg von ganzen 316%, was im gesamten Altcoin-Markt ein 4x bedeuten würde, von dem aktuellen Stand. Würden wir die Stablecoins noch mit dazu zählen, dann wären wir bei 3,151 Billionen US-Dollar. Und von der Warte her hätten wir 460% Kursplus, was schon mal etwas mehr als ein 5x ist. Und somit haben wir die Aufschlüsselung Bitcoin zum aktuellen Zeitpunkt ein 3x, Ethereum zum aktuellen Zeitpunkt ein 4,4x und Altcoins mit Stablecoins ein 5,6x und Altcoins ohne Stablecoins ein 4, tatsächlich ein genaues 4x. Aber, dann möge man ja meinen, okay, dann ist man auf der sicheren Seite, wenn man in Ethereum investiert, weil hier haben wir sogar höhere Renditechancen. Wichtig ist aber, dass es einige Altcoins geben wird, die den Markt komplett outperformen werden. Dementsprechend wird es auch in den höheren Rängen Altcoins geben, die ein 10x machen oder 15x, aber auch einige, die beispielsweise nur ein 2x machen zum aktuellen Zeitpunkt. Natürlich fluktuiert das, das heißt, man kann nicht eine Momentaufnahme nehmen und dann das All-Time-High bei jeder Kryptowährung gegenüberstellen, da wären wir deutlich, deutlich höher. Dementsprechend ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen. Und die Altcoins könnten potenziell natürlich auch nochmal deutlich mehr machen als nur ein 2x von dem aktuellen Zeitpunkt. Da wird es beispielsweise auch Zeitpunkte geben, wo Altcoins kurzzeitig mal ein 4x machen und danach aber zum Snapshot, sage ich jetzt mal, wieder auf die 2x zurückgefallen sind, einfach weil das Geld recht schnell den Sektor rotiert hat. Aber das bedeutet auch, dass es die Altcoins geben wird, die ein 20x aus dem Ärmel schütteln, dass es Altcoins geben wird, die ein 50x und ein 100x ohne Probleme knacken werden, insbesondere diejenigen, die eine recht geringe Market Cap haben, wo nur etwas Geld reinfließen muss von der Liquidität und die dann einen Moonshot landen werden, Listings und, und, und. Das wird bedeuten, dass wir ein wirkliches Fest haben bei den Altcoins, insbesondere natürlich auch bei dem Bullrun. Und ich halte das persönlich für sehr wahrscheinlich, zumindest nicht unwahrscheinlich, denn wie gesagt, wenn wir uns zum aktuellen Zeitpunkt die Nvidia-Situation anschauen, dass wir eine Marktkapitalisierung von 3,13 Billionen US-Dollar haben, eine einzige Aktie und wir würden gerade mal antizipieren, dass der Bitcoin ungefähr so eine Marktkapitalisierung bekommt, wie es Nvidia hat. Ethereum die Hälfte davon und die Altcoins, jeder einzige Altcoin, jeder revolutionierende Altcoin, jeder Shitcoin, jeder Meme-Coin zusammen wäre dann gerade einmal Nvidia auf dem aktuellen Stand. Ist das so hochgegriffen? Meiner Meinung nach nicht. Und falls du auf der Suche bist nach einer soliden Börse, wo du auch Altcoins kaufen kannst, die es nicht auf jeder Börse gibt, aber wir trotzdem eine benutzerfreundliche Oberfläche haben, dann check gerne mal BingX unten in der Videobeschreibung aus, auch zum Trading geeignet. Und du kannst dir hier bis zu 5.000 UCT-Trading-Bonus sichern mit meinem Link und unterstützt somit auch meine Analysen und meinen Kanal weiterhin kostenfrei. Also auch vielen Dank hier an jeden Einzelnen. Ich hoffe, ich konnte dir eine detaillierte Aufschlüsselung geben, nicht nur eine Prognose, ja der Bitcoin wird dies und das erreichen. Nein, wir haben uns handfeste Daten genommen, natürlich auch unsere Meinung mit beigemischt. Das heißt, falls du eine andere Meinung hast, gerne mal unten die Kommentare. Das Einzige, was ich jetzt nicht unbedingt hören möchte, ist, oh der Bullrun ist vorbei, wir fliegen jetzt auf die 15.000 US-Dollar. Wenn das deine Meinung ist, dann nimm gerne dein Geld und warte oder setz am besten eine Buy-Order, eine Limit-Order und warte, bis die dann irgendwann mal ausgelöst wird. Das glaube ich persönlich nicht. Und einen wichtigen Hinweis habe ich natürlich trotzdem. Klar, wir haben eine etwas kritische wirtschaftliche Lage. Klar, es kann immer ein Black Swan Event kommen, was uns die Theorie und unser Geplantes zerstört. Sollte man darauf aber hoffen und warten und sagen, nee, nee, ich steige erst nach dem Black Swan Event ein. Nee, meiner Meinung nach nicht. So lässt man sich extrem viel Chancen entgehen. Und es gab so viele Personen, die gesagt haben, hey, der Bullenmarkt und der Bullrun für 2023 und 2024 fällt aus. Das wird sich noch so lange extendieren. Die Wirtschaft, da geht es nicht gut. Wir haben gesehen, wie gut der Kryptomarkt eigentlich angestiegen ist. So viel dazu. Und falls ihr die genauen Informationen zu den Altcoins wollt, wie viel Potenzial da drin wirklich steckt, warum jetzt aktuell sehr, sehr gute Einstiegszeitpunkte sind und womit man wirklich die fetten Gains machen kann, womit man tatsächlich als Retailer mit einem netten Budget Millionär werden kann, dann gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann werde ich das Video sofort dann noch abdrehen und morgen für euch hochladen. Bis dahin. Ich hoffe, ihr konntet den Maximal Mehrwert mitnehmen. Falls es der Fall war und du noch kein Inter der Community bist, gerne ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Dann bist du immer einer der Ersten, der diese Informationen bekommt und teile es auch gerne mit Personen, die einen Mehrwert rausziehen könnten. Und bis dahin würde ich mal sagen, wir sehen uns. Peace out.